Einen wunderschönen guten Tag Deutschland. Ich bin's Morten aus Maastricht und heute kommt bei Ihnen zu Hause wieder ein Stück Holland auf den Tisch. Ich habe wieder eine landestypliche Spezialität vorbereitet und ich bin voll Freude wie ein Honigkuchenpferd. Also, Laten wir beginnen. Ich hatte letztens Besuch von dem Pudel von de Paris Hilton und ich war völlig überfordert. Was kochst du denn für einen Hund von einem Promi? Und damit Sie nicht auch in so eine Situation geraten, gibt es heute die Tipps und Tricks für ein Essen mit der ganzen Familie, insbesondere mit dem Hund. Und dabei, wie immer, der nötige holländische Flair. Der Hund ist König, was bei uns in Holland so viel heißt wie der Hund ist König und deshalb kommt auch nur das Beste auf den Tisch. Zum Beispiel dieser holländische Käse, das ist leer damals. Und den kann man auch ganz hübsch anrichten. So, und hier haben wir den Käse. So, können Sie schon erkennen, was es werden wird? Ja? Ja? Es sind syamnesische Vierlinge, genau. Die Beine fehlen noch. So, syamnesische Vierlinge. Voila! Also das sieht schon mal so gut aus, aber das war echt der erste Schritt. Als nächstes fehlt da noch was. Ich habe hier eine Packung holländische Gouda gekauft, die können Sie auch kaufen, Sie können aber auch die Kuh melken und die Milch dann zu Käse weiterverarbeiten, aber das macht scheiße viel Arbeit und scheiße viel Dreck. Und jetzt streuen wir einfach ein bisschen von dieser Packung, die man nicht sofort aufbekommt, über diese Vierlinge rüber. Ja? So, sehr lecker sieht das aus. Wunderbar. Okay, das Ganze kommt jetzt für 10 Minuten in den Ofen. Das ist eine lange Zeit und in der Zeit folgen für Sie einige Verbraucherhinweise. Und weil es wie immer etwas zu gewinnen gibt, heute ganz exklusiv ein Happy Samsung Paket mit einer Samsung Galaxy S2 und eine Samsung Galaxy Dip. Die Frage ist wie immer ganz einfach. Wer spielt die beste Fußball von der Welt? Ist es A, der AZ Alkmaa oder ist es B, der FC Bayern? Rufen Sie uns fast kostenlos an unter die F88 0 oder schreiben Sie in einem Kommentar unter diesem Video. Morten wünscht viel Glück. Bis gleich! Endlich ist sie da, Suicide Hits, die erste Ausgabe. Die Begleitung in den Tod mit Lana Del Rey Adele und Lana Del Rey. Suicide Hits liefert Ihnen die Musik zum Loslassen. Hiermit verfehlen Sie garantiert keinen Baum mehr. Rufen Sie heute noch an und sichern Sie sich kostenlos und exklusiv das letzte Abendmahl. Suicide Hits jetzt in Hand. Schluss mit der elendigen Suche nach dem Handy in der viel zu kleinen Hosentasche. Mit dem praktischen Handicap. Ah, hi! Ich muss dir unbedingt mein neues Handicap zeigen. Profitieren Sie von den vielen Vorteilen, die Ihnen das Handicap bietet. Sonnenschutz. Die Coolness eines James Bond. Keine Erektionsgefahr bei WhatsApp-Spam-Attacken. Und viele mehr. Jetzt für nur 19 Euro bei S&M. Geht's auch ein bisschen schneller, Heinrich? Heinrich, was ist denn los mit dir? Du bist schon fast wieder auf 40. Heinrich, meine Haare sind noch viel weißer. Ich hab dich was gefragt. Ich fühl mich echt immer wie in der Afterbahn, wenn du mit mir Auto fährst. Heinrich, wo bist du drüber gefahren? War das ein Tier? Mit den Gedanken überall, aber nicht auf der Straße. Heinrich! Warum du überhaupt fährst? Fahr doch selber! Fahr selber! Halt mal an! Wir müssen drücken! Heinrich! Video- und Filmproduktion. Halle Westbrus ist Ihr Experte rund um bewegte Bilder. Wir unterhalten Sie im Internet und tragen an einem gelungenen Marketing Ihres Betriebs bei. Sie haben Interesse an der Beratung durch ein kompetentes Produktionsteam für Ihren persönlichen Werbefilm. Melden Sie sich bei uns. Alle Informationen finden Sie auf unserer Facebook-Seite oder auf halle-westbrus.inbalch.de. We will be your bro, Halle Westbrus. Sie sind wieder da, hallo, und das Essen ist fertig. So, alles ist schön überbacken. Jetzt wird das Meer noch schön angerichtet, hier mit einer Glocks aus Marzipan. Und dann kann man etwas mit Kräutern und Balsamico. Das sieht wunderbar aus. Fertig! So, dann haben wir jetzt Zeit, das Gericht zu probieren, aber das mache ich nicht selber. Dafür haben wir uns einen kleinen Gast eingeladen. Hallo, das ist die Amy. Hallo, gib mir ein Pfötchen. Fein, fein, gib mir ein Pfötchen. Du hast bestimmt Hunger. Ich habe jetzt hier Käse auf vier Pfoten. Und ja, wollen wir mal gucken, ob das unserem Hünderlein schmeckt. Ja, wie Sie sehen können, es schmeckt dem Hund wunderbar. Er schlägt sich das Maul. Und jetzt ist es an die Stelle zu sagen, das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche gerne wieder. Das war Morten aus Maastricht. Oh, das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche! Vielen Dank.